hey leute was geht euer jannis ist wieder da und herzlich willkommen zur ersten folge mini warro mit dabei meine ich die partner mac 788 aka juhu da sind wo kraft der internet beschreibung fliegt schaut vorbei und ja die anspannung ist schon da auf jeden fall oder auch von meiner seite noch mal herzlich willkommen an alle darwinkel der zuschauer hier kurz vor dem projektlinge mini warro 2 ist jetzt erstmal dass die jannis dabei war es fängt bald an ich finde es ist schon spannend okay wir rennen direkt weg dann eigentlich gehen wir gehen in den wald rein und bauen holz ab in den wald rein genau da hinten in den eichen ein bisschen weiter reingehen einfach und dann würde ich sagen geht das gemetzel los ich bin so angespannt das wahre feeling kommt schon rüber ich hoffe dass meine aufnahmen wirklich abstürzt aber ich bin da mal ein guter dinger ich vertraue mal ganz die fokussend auch erstmal keinen jetzt also ich stelle noch mal die teampartner vor hier ist sehr viel place dann Daniel kommt dann wahrscheinlich noch hier bin ich und das ist der simon und der und da hinten sind die und das new talks tv und dahinten die sieht man jetzt gar nicht das ist bei mir sieht man es das kann ich ja bei mir nicht auf meiner seite das nice das nice mc und team blau ist nice mc und box 2014 also der patrick und leo die machen auch ein team monja was sagt die jungen ab doch und es gibt ab berlin kann man sich wieder die werden der schreit bei den zwölften die große wurde den schon habe ich meine Glück die Garten und die 4 3 2 1 Los Ich sammle die Elplom nicht ein. Weiter geht's. Auf geht's. Auf geht's. Raus rein. 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 In den Waldenstückchen rein. Ja. Ich hab ein bisschen verkackt grad. Aber ich seh dich. Wir sind noch nicht so weit weg. Holz. 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 Ja. Also bei mir sind Tiere da. 2 Holzer bauen es reicht. Bei mir sind auch Tiere. Jutoxy wissen wir das. Nein. Wart du mal kurz. Mach kurz den Ton lau. Ich hab weg. Stech. Auf. Fuck. Ist so was passiert jetzt mal. Auf. Ich hab's. Kling. 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 Ich geb dir auch noch Holz. Falls du brauchst. Aber warum brauchst du noch eins. Sticken. 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 Ich schau mich um. Ich schau mich um. Hast du? Moment. Ich hab kurz. Oh fuck. Hast du. Hast du Holz. Ja. Ja. Ich nehm die Workbench mit. Warte. Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Spitzhacke. Spitzhacke. Warte. Warte. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Erstmal. Erstmal Ding holen. Tiere. Wie lang noch die ersten 2 Minuten haben wir gesagt ohne Dings ne. Ja. Okay. Warte. Warte. Komm mal mit. Wir brauchen Tiere man. Dein Resents Wizards. Oh Mann. Da waren Kühe von da, weil ich warne so. Und die sind, die sind so wenige. D kaloich? Wir warten bis hin mir. Das, das Hunger ist halt schon extrem gewaltig. Du wärn aber gekiehlt, oder? Nein. Hä? Haben dich vorhin irgendjemand gesagt? Hier den Anfang? Komm ihr macht Steinschwetter, oder? Ja. Stell hier Crafting aufge 언� retour. Ja. Stell hier auf. Stell hier auf. Der Grunde gefgangscton. die stelle einfach auf mann stelle da auf geht's ich stehe auf ja okay hast du so viel stein machst du steinschwert ich muss erst mal auf den Spitzsacken ich brauche halt unbedingt jetzt essen ne wir müssen irgendwas finden es wird jetzt schon Nacht als als ob jetzt schon nacht wird das ist ein bisschen failig das ist echt dumm jetzt hä hä schreibst mal wieso schon nacht die folge war von concrafter gesehen ja ging ab ja wollen wir auch Kaisinaten in Twitch schreiben ne das nicht machen Alter komm 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 hier 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 ah jetzt ist wieder Taggut weil das ist richtig dumm äh kommst du mit? wir müssen erstmal jetzt ähm Schweine oder ich nenne wo wo bist du? komm 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 hier hier hinter Wasser du siehst meinen Namen du siehst meinen Namen ich leh deinen Namen nicht komischerweise äh eigentlich müsstest du meinen Namen sehen hier 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 ja jetzt ja keine Ahnung das war ganz komisch was hier ah ah Tiere ich hoffe dass mein Internet an mir rumspackt dass ich mich irgendwie vom Serverflieger suche dann hast du was zu essen passt ja ich geb dir ich geb dir wir müssen damit direkt braten nur eins essen okay ja ich esse eins und dann gehen wir runter okay das reicht nämlich erstmal hier hier ist Kohle und alles hier ist ne gute du baust schon mal ab baust schon mal ab ach du hast keine Spitzer oder wir gehen hier rein hier ist natürlich auch aber da unten Alter ich bin richtig viel Kühe Schweine komm mal mit komm mal hierher komm mal hierher zu mir warte 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 doch mal ey wir müssen zusammenbleiben wir müssen zusammenbleiben wir müssen mehr zusammenbleiben komm mal komm mal wieder hoch komm mal wieder hoch ich muss nicht wo bist du da ich seh dich ich seh dich oder bist du hoffentlich bist du lass noch ein paar lass noch ein paar Viecher mitnehmen ja dann musst du hier ja da hinten ist auch noch ein Schwein wir können uns aber nicht schlagen ne es ist nicht so weit weil da könnten ja die anderen sein komm komm wieder zu mir komm wieder zu mir komm wieder zurück komm wieder zurück komm wieder zurück wir können uns nicht gegenseitig schlagen oder ich hoffe nicht ich hoffe nicht hier rein hier rein ich probier mal ne wir können uns nicht schlagen bau dich jetzt da rein bau dich jetzt noch runter ich hab keine Spitzsacke ja mit der Hand ja dann geh weg dann geh hoch geh hoch geh hoch geh hoch okay okay und warte geh erstmal hoch ich baue hier rein ja ich denke hast du Holz hast du ja viel Holz groß oder fertiges fertig ich baue nochmal eins ab 6 6 6 6 ich baue ich baue schon einen Tacken runter damit wir erstmal fürs erste safe sind safe 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 ok dann baue ich jetzt zu hinter uns ok mach das mit Erde an das ich hab noch Erde brauchst du warte ich baue noch ein bisschen zu und dann warte ich baue alles auf baue den Ofen du hast Kohle äh nein ich hab keine Kohle scheiße oh Gott ich hab keine Spitzsacke ok warte ich brauche ich brauche mir schnell eine Spitzsacke warte aber keine äh keine oder egal ich hab mir jetzt eine Holzspitzsacke ok das Eis kannst du noch nicht abbauen das Eis nicht abbauen hier ist Kohle in den Eis ich hab ja auch noch keine ich mach mir jetzt einen Stein Spitzsacke ja bau du Kohle ab hier bau du Kohle ab mach mir jetzt einen Stein stößt nicht nur auf diesen Kackstein fleck ein bisschen ne fleck ein bisschen ok bald ist die Hälfte der Zeit rum soll ich jetzt mal so die Hälfte der Zeit rum wie lange ist schon ja keine Ahnung 5 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 5 Minuten ja ich hab geschaut wann es losgesangt ist ich hab bei 1 auf die Uhr Timestopp geschaut und wieviel Uhr warst du? da war es 5 Minuten jetzt sinds äh jetzt sinds jetzt sinds viel Kohle das ist sehr gut dann warte ich nehm mal unsere Sachen runter und dann bauen wir uns ein warte mach nur einen Ofen achso ich baue kurz nur ab oh fuck wir haben die Löffensch gerade zugebaut dumm die nehmen wir mit weil wir haben nicht so viel Holz und dann bauen wir uns ein ok wir bauen uns ein ja guck hier so ja wir brauchen halt nur noch Eisen wenn wir Eisen finden und voll Eisen ich hab Eisen wette Eisen spätten und alles haben wo ist der Ofen? ist der da oben? warte ich ne lass 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 wir bunden uns noch einen Tacken runter oder lass dich hier ausstellen lass dich hier ausstellen wir müssen uns halt direkt volle Eisen machen und dann auf die anderen drauf gehen ja warte tu da ein bisschen Essen rein hab ich ich hab alles Essen und ich hab rein und warte ich grab runter ich grab mal hier zur Seite bisschen nur so ein bisschen warte erstmal runter erstmal runter direkt am besten Eisen finden bau du weiter runter ok bau du weiter runter bau du weiter runter ok ok warte ja was machst du? ich mach mal einen zweiten Ofen für das Eisen den ich gefunden habe ich bin leider nur drei aber nice jetzt nochmal Kohle ich hab nochmal Kohle gefunden ok nice 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 sehr viel Kohle wieder macht dass jemand kommt ey ich baue richtig ich baue auch Angst dass jemand kommt aber ich hab richtig gut zugebaut mit allen möglichen Sachen äh oh geil nice wir können bald Eisenschwerd machen sicher? ja ich hab ja gib mir mal was zu essen ok ja ich ist Eisen ist Eisen hast du schon eine Spitzhacke? ich hab eine Spitzhacke gut reicht weil mit der muss man abbauen bitte hier hörte ich geb dir ich hab dir mein Essen gegeben mhm naja darf schon guck mal ich bin so dumm ich bin dann oben in sieben Minuten schon ok dann haben wir noch ja richtig stimmt der ist auf jeden Fall richtig am Start ok wir bauen unsere Lage weiter unten auf jetzt ok wir müssen safer sein wir müssen wirklich viel safer sein ich nehm alles mit wir gehen runter weiter nach unten oder? weiter nach unten die ganze Zeit weiter nach unten wir müssen die die Ebene die Ebene immer safe die Ebene sieben Minuten ich baue will ich nehm alles mit ganz normal runter ich hab schon Eisenschwert ich nehm alles mit ich nehm Eisen mit bau du weiter runter bau du weiter runter bau weiter runter ich nehm divers alles mit ich mach das safe ich komm mitnehmen gib noch all ne ich baue einfach durch baue einfach durch weiter runter 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 rein der als erster okay und dann nicht sagen schnarchen schnarchen haben sich nicht mehr sagt ich weiß nicht wie krank das bett noch gehen die tienden wir sind jetzt genau hohe wortel muss sein ausblenden und weist ist das ist schon ja jetzt sieht man die koordinaten was hast du gesagt man sieht die koordinaten ja was soll ich machen das rausschneiden das glas schneide ich das raus ich habe jetzt kurz auf euch weil du musst ja eben muss überblenden okay mit irgendwas ich krieg das irgendwie guck mal ich schmelze hier schon Eisen ja ist gut ich tue noch mehr rein du musst auf jeden Fall safe ausblenden okay äh soll ich dir schon mal Eisenschwert machen ich hab Eisenschwert mach du dir eins mach du dir Eisenschwert ja dann sehen wir weiter okay 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 Torches mach mal Torches ein paar äh ja warte mal wie macht man die im Moment Kohle und Stick Kohle und Stick einfach nur ja im Moment dann muss ich mir Stick machen was habt ihr nicht weiß wie ne Fackel gegrafen wird Och hab ich ich war mir nicht sicher wie viele ich mach mal 8 Stück wobei ich kann auch mehr machen ich weiß echt nicht wie ich wenn ich Koordinaten einblende wie die ausblenden sollen keine Ahnung es schneidet einfach nur raus für eine Sekunde oder so darf man nicht oder? keine Ahnung darf mir das überhaupt keine Ahnung und wenn dann lass es halt dass man das auch nicht passt ja wobei ja schnallt einfach raus den Mann wenn nicht oder schneid einfach raus schneid einfach raus schneid du mach du weiter runter mach du weiter runter mach du weiter runter mach du weiter runter ja du mach weiter runter ich hab keine Spitzsache man ach so okay ich weiß nicht auf welche Höhe wir sind schon am besten wäre es natürlich wenn wir jetzt direkt auf dir stoßen aber eigentlich macht er nicht wenn wir unsere Koordinaten sehen Oh wir sind Badrock ok Badrock ist ungefähr 0 oder so das heißt 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 Simon äh ich habe genug Holz was brauchst du? ein Stick ein Stick ja für? ich hab nur noch einen wobei ich hab nein 2 2 2 ich hab nur noch ich hab keinen mehr fuck wir sind echt knapp an Holz ne? ja wir müssen... scheiße mach du Eisenspitakel ne? Eisen? ja wir sind können wir gar nicht die jetzt abmachen falls wir auf die jetzt stoßen ach stimmt ich hab noch 5 Eisen übrig wobei mehr hast du auch kein... hast du auch kein Holz mehr? 10 ne ich hab gar kein... doch ich hab ein... 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 wie lange schon? ich glaube minus 5 sind wir bei 11 ähm ähm äh... warte soll ich machen? soll ich weiter graben? vielleicht... ja ich grabe du mal weiter aber nicht mit dem Eisen nach unten? ne nicht nach unten nicht hier nach unten nicht nach unten nicht nach unten nicht nach unten geh wieder eins hoch ähm wir sind jetzt... stopp hoch hab ich gesagt eins hoch wieder ok warum eins hoch wieder? ja weil wir dann auf perfekte Höhe sind so wie ne... egal Simon bei Optifine steht doch oben links immer äh die FPS und dann CE ja was die an dir? es sind keine Koordinaten oder? ne ne es sind keine Koordinaten äh ok wir haben jetzt Ende ich... ja egal die haben uns schon im Griff mit dem Ende ähm ok warte wir buddeln uns auch mal in die Seite rein warte hä warte mal die Folgen werden ja eh erst veröffentlicht wenn wir alle auf... aufgenommen haben deswegen können wir eh die Koordinaten einblenden hä? no problem würde ich sagen hier ist ne Fülle 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 und da ist auch die Borde wir brauchen nicht mehr Sneaken oder? oh nice wir haben hier den Lapis nice als ob die Dias haben die haben locker keine Dias also hier sind... hier ist Gold ok ja Gold mit der Eisen ne? ja hab ich hier ist noch mal Lapis hier ist noch mal Lapis ok 20 Sekunden bis zu Ende dann laufe ich wieder zurück hier ist nochmal Eis müssen sie auf jeden Fall mitnehmen und sonst haben wir kein Problem glaube ich oder? warte wir müssen uns wieder zusammen... ok wir sind jetzt zu Ende danach ist egal wo bist du hin? Ende ich glaube ich hab dich verloren ja Ende lass Ende ich hab dich verloren Ende Läften Läfte Läfte? gut ja hab ich das würde ich sagen war's dann mit der ersten Folge Minivaro 2 wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr gerne liken schaut bei Janis vorbei ja macht abonnieren nicht vergessen wir sehen uns dann bei der weiteren Folge oder beim anderen Video haut rein und ciao ciao